Moin moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, im heutigen Video wollen wir uns jetzt an die Technik machen. Die habe ich jetzt hier schon mal überall reingepackt. So, dann fangen wir hier mal mit der Lampe an. Die soll eine Ausleuchtung von 60x60 cm haben. Unser Becken hat knapp 76 cm. Oder hat 76 cm. Sprich, wenn wir es in die Mitte packen, können wir nicht bis ganz nach außen was ausleuchten. Das ist aber nicht ganz so wild. Ich wollte jetzt nicht die zwei Lampen drüber packen. Was mich aber nur ein bisschen stutzig macht. In der Anleitung steht, man soll es 30-60 cm über dem Becken aufhängen. Und man kann einen Arm dazukaufen. Also den gibt es nicht direkt bei der Lampe dabei. Aber der ist halt für diese Lampe gedacht. Und wenn ihr es mal anschaut, damit schafft man ja gerade mal so 25 cm. Das ist mal ein bisschen stutzig. Dann müssen wir nochmal gucken, ob ich da noch irgendwie eine Verlängerung kriege oder so. Weil gerade wenn wir so ein flaches Becken haben, hätte ich ja gedacht, können wir mit der Lampe ein bisschen höher gehen. Haben durch eine höhere Ausstrahlung. Weil wir halt, weil wir so ein flaches Becken haben, nicht so eine tiefe Tiefe haben. Sprich, wenn wir ein bisschen höher kommen, haben wir einen größeren Radius, den sie ausleuchtet. Aber so, wenn wir jetzt irgendwie hier ankommen, müssen wir mal schauen, wie das dann funktioniert. Hallo, hier spricht ZukunftStones. Ich habe ein kleines Problem. Und zwar, wie ihr jetzt vielleicht seht, hinter mir schon Wasser und so drin. Also wir haben jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Die Lampe hängt auch nicht mehr hinten, sondern an der Seite. Und auf der anderen Seite kommt auch noch eine Lampe hin. Das ist ein Problem. Auf den ganzen Händlerseiten, wo ich geguckt habe, nach dieser Lampe stand da. Die decken einen Durchmesser von bis zu 60 Zentimetern ab. Da habe ich nicht daran gedacht, so bis zu 60 kann er halt auch 20 sein. Und so ist es leider. Nicht ganz 20. Aber wenn man mal auf Kessil auf der Seite guckt bei denen, da waren das 30, 32 Zentimeter, die die abdecken. Sprich, wenn wir zwei Kessil nebeneinander haben, dann kommen wir auch immer so bei 65. Das Becken hat 76. Wir haben links und rechts ein bisschen Platz. Also kommen wir eigentlich damit hin. Das Problem ist aber auch, so eine Lampe hat nur 15 Watt. Und eigentlich sagt man ja immer, 1 Watt pro Liter. Das ist ein 90-Liter-Becken. Und wenn wir zwei Lampen haben, sind es auch nur 30 Watt. Das ist halt die Frage, wonach man sich richtet. Und das, was der Hersteller sagt oder das, was man so allgemein hört. Da ich jetzt schon eine habe, weil ich da schon die Schrauben gekürzt habe und so ein Spaß, hole ich mich jetzt erstmal die zweite und hoffe, dass es dann so hinhaut. Ich will ja auch nicht irgendwelche mega krassen SPS oder so dazwischen haben, sondern hauptsächlich LPS, Weichkorallen und vielleicht eine SPS, und zwar die Milka. Die soll relativ robust sein, aber die kommt dann auch erst später, wenn das Becken ein bisschen eingefahren ist. Da muss man dann mal schauen. Und deswegen will ich auch auch hoffen, dass das damit funktioniert, wenn man halt nicht solche krassen High-End-Korallen reinpackt. Und dann kommt man auch hin mit dem Low-Budget, weil dann ist das halt wirklich ein Low-Budget-Becken mit Low-Budget-Korallen nicht unbedingt. Es gibt auch teure SPS und Weichkorallen, aber ja, halt keine SPS, wo es halt richtig krasse gibt. Und das werden wir halt nicht haben. Ja, ich bin auch noch im Gespräch mit Tunze. Die haben so den Hauptvertrieb in Deutschland von den Cassie-Lampen. Und mal gucken, was dabei rumkommt, was die mir sagen. Wenn die sagen, nee, geht auf gar keinen Fall, dann, ja, geht es auf gar keinen Fall. Deswegen mal schauen, was das aus wird. Deswegen jetzt kleiner Sprung von Zukunfts-Stone. Und wenn ich hier drüber gucke, gucke ich hier ins Display, damit ihr nicht die ganzen Korallen seht, die ja schon drin sind. Da gibt es keine Korallen drin. Und ja, deswegen gucke ich immer, ob ich mich nicht irgendwie ein bisschen bewege und ihr zu viel seht, was erst noch kommt. So, jetzt aber weiter im Video. Viel Spaß dabei. So, dann so ein ganz normaler Eheheim-Heizer mit 75 Watt. Dann haben wir hier von Tunze den Com-Line Dock-Skimmer. Sprich, haben wir hier Abschäumer und Skimmer in Eheim. Wie ihr seht, die ganze Technik, habe ich ja schon mal im ersten Video, glaube ich, landet im Becken. Wir haben also kein extra Technikbecken. Es wird alles mit hier drinnen verbaut. Dann von Tunze Nanostream eine Strömungspumpe. Dann von Tunze noch so ein Scheibenreiniger, so ein Magnet. Und dann haben wir hier noch von Denerle. 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 Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ein Thermometer. Ja, was man aber von außen so anhängen kann, dass man sieht, ob man da so bei den 24, 25 Grad sind, die ich hier fahren möchte. Ja, jetzt geht es daran, die Technik schon mal so grob zu verbauen. Ich werde die versuchen, so ein bisschen zu kaschieren mit dem Aufbau nachher. Am liebsten alles halt auf einer Seite haben. Und ja, das haben wir dann schon mal drinnen, damit wir dann wissen, wo nachher noch Platz ist für unser Riffgestein, können, dass wir das dann schön positionieren können. So, und dann würde ich sagen, fangen wir erst mal Lampe an. Da habe ich aber schon gesehen, die hat hier so extrem lange Schrauben. Die werden wir einmal kürzen, damit wir hinten in dem Becken nicht so viel Platz brauchen. Sonst müsste das Beckenstück vorziehen. Und man braucht ja hier nicht so einen Kilometer Schraube haben. Vor allem, wenn die Schraube hinten rausguckt, bringt das auch nicht so viel. Und deswegen, die wird ein kurzes Stück eingekürzt. Das hängt schon mal. Dann können wir die schon mal anstecken, da haben wir schon mal ein bisschen mehr Licht im Becken. Was, glaube ich, schon mal ein bisschen cooler aussieht. Das Kabel werde ich nachher hier noch mit Kabelbindern festmachen am Arm. Da waren extra welche bei. So, und das sieht doch schon mal ganz anders aus. So, diese Lampe hat hier oben auch zwei Regler. Einmal die Intensität und einmal Farbe. Da muss ich mir nochmal angucken, welche Farbe ich da jetzt genau einstellen muss. Welche Intensität. Ich habe ja gesagt, am Anfang machen wir Low Budget. Und nachher werden wir hier noch so einen Controller dazu packen, in späteren Videos, wenn ich wieder Geld habe. Und dann kann man nämlich noch da so einen richtigen Tagesverlauf reinmachen. Dass wir zwischendurch, also so richtig schön wie jetzt, so Tageslicht haben, so hell. Aber das dann zum Beispiel zum Abend hin auch so blauer wird. Und ja, dann kann man da so ein bisschen rumspielen. Aber das ist schon mal richtig cool. So, dann was ich erstmal noch nicht, glaube ich, ins Becken packen werde, weil es nur stört. Und ich es bestimmt nur runterruppen werde. Das ist einmal hier dieser Magnet. Das ist der Scheibenmagnetputzergerät. Oh, das ist mir mal ein starker Magnet. Ja, aber so wird das dann funktionieren, dass man schön die Scheiben putzen kann. Aber das lassen wir erstmal noch hier im Unterschrank. Sonst rube ich das nur runter. Hier ist auch noch so eine Ersatzklinge. Die können wir hier nochmal mit reinpacken. Man kann da irgendwie anscheinend auch noch verschiedene Farben oben draufsetzen. So, dann packen wir mal das Größte aus. Das ist unser Skimmer mit Abschäumer im Eim. Da bin ich gespannt wegen der Lautstärke. Also ich stehe noch dick drauf. With new silencer. Also sollte das doch hoffentlich auch schön ruhig sein. Wir befinden uns hier im Wohnzimmer. Gibt es nachher Ärger meiner Freundin. So, hier ein Haufen Verpackungsmaterial. Warnhinweise. Kontrolliert. Übrigens ein Made in Germany. Finde ich auch mal ganz cool. So, dann haben wir hier mal so einen Reiniger. Zwischen zum Topfreinigen. Und hier haben wir noch irgendwas, was ich noch nicht weiß, was das ist. So, hier haben wir wieder mal genäht. Dann packen wir das Gerät einmal aus. So, hier oben haben wir dann einmal den Topf. Dann kann man das halt immer zum Reinigen einmal oben abmachen. Wieder draufsetzen. Hier oben gleich auch die Skimmervorrichtung. So, den Skimmer habe ich jetzt hier nicht auf die Seite gepackt. Wenn ihr mal hier schaut, hier haben wir so zwei Magneten mit den Witter gehalten. Und hier kann man an dem Drädchen auch noch die Luftzufuhr einstellen. Dahinter habe ich jetzt den Heizstapfel versteckt. Dann sieht man den jetzt auch nicht mehr so dolle. Und dann würde ich die Strömungspumpe jetzt hier hinsetzen. Dass die quasi hier so rumströmt. So rum, so rum. Und dass es dann hier vorne direkt in den Skimmer wieder reinkommt. So zumindest der Plan. Ja, und das Thermometerchen. Dann machen wir nochmal nach unten. Und so sollte es, denke ich, hoffe ich doch. Dann, Funkt zu. Nieren. Ich habe gerade noch ein bisschen in der Anleitung gelesen. Man kann den Skimmer noch irgendwie umbauen. Dass der auch richtig so für Strömung sorgt. Aber die Strömung kommt dann hier unten raus. Und da habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel Platz. Und dann fehlt da auch Leistung. Dann würde das nur noch für ein ca. 80 Liter Becken, weil ich schon da glaube ich, bei reichen. Und ich habe eh hier meine Luftwärmungspumpe. Meine Strömungspumpe. Und von daher werden wir den so ganz normal laufen lassen. Wie es eigentlich so am Werk gedacht ist. So, hier mal wieder dasselbe spielen. Wieder mit Magneten. Hier haben wir noch so eine Kappe. Da kann man so ein bisschen die Richtung einstellen. Und das wird wahrscheinlich jetzt einfach nur hier herangedrückt. Und das war es schon. Dann, mal kurz gucken. Ja, so funktioniert das. Bauen wir mal das Kabel auf. Also ein bisschen Technik wird man dann halt sehen. Aber ob da, finde ich, jetzt hier in der Ecke irgendwie ein Technik-Schacht wäre. Oder da dieser Skimmer steht. Mit Abschäumer in einem. Das finde ich jetzt nicht so der große Unterschied. Was wir jetzt hier halt noch haben, ist die Strömungspumpe. Und, ja, da müssen wir halt auch nochmal schauen. Das können wir dann nachher nochmal richtig fein justieren. Wenn das Becken befüllt ist. Dann kann man nochmal ein bisschen gucken. Und, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, lassen wir das so. Viel mehr können wir jetzt noch nicht machen. Nächster Schritt wäre dann der Riffaufbau. Dann würde ich sagen, wie immer an dieser Stelle. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen da. Abonniert gerne den Kanal. Verpasst dir keine weiteren Videos, wie es hier auch weitergeht. Und, ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie dir das gefällt. Ich bin jetzt schon so mega hyped. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wo da die Reise hingehen wird. Freut mich schon sehr toll. Ich würde ein bisschen weitermachen, aber jetzt muss ich mal langsam schlafen gehen. Ich muss morgen wieder, leider, arbeiten. Im Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.